Und schauen jetzt bei Maverick Rhyne rein, dann hätte man es auch gleich sagen können, wir machen es halt Mittwoch, alles. Ja, hier, ich weiß schon wieder, was das wird. N.H.R. Battle 2020, das ist glaube ich das siebte Jahr in Folge, wo wir das schon machen. Nach dem Battle beträgt dein Körper Temperatur 0 Kelvin, das passt, denn du bist eine 0 Kelvin. Wegen der Kälte ist es sinnvoll, ne Rosenmütze zu verwenden, aber du trägst sie nur um Magentas Geschrei auszublenden. Kein Wunder, dass Dandy seine Maske gerne trägt, denn es ist immerhin besser als Magentas Gesicht zu sehen. Eigentlich ist es schade, dass meine Frons nur von Magentas leben, doch auch durch seine Schwäche kann man sich vom Mittelmaß abheben, denn dies Texte werden bald im deutschen Unterricht gelehrt. Wenn man die Personifikation von Mittelmaß erklärt, im Battle gegen Boracate der 18 Punkte, sprich das für sich oder gegen deine Runde? N.H.R. Battle, für dich ist der Spaß jetzt vorbei, denn du fliegst durch mich, als wenn ich FPÖ-Chef sei. Dein Ösi-Kanzler heißt, wie du mit Nachnamen, er durch seine Familie, wie durch deinen Pipi-Mann, dich als Herr C zum K zu titulieren, wäre nicht recht. Nicht wegen des Crenches, sondern durch das Geschlecht, bei Kommentaren beliebt. Spirit will dich im Finale. Nein, Ramses, hier kommt keine Quante. Dein Name springt einem direkt ins Gesicht. Zwar nicht innovativ, aber props an den Schnitt. Die Locations zeigen, was dein wahrer Anspruch ist. Du willst das N.H.R. nicht retten, sondern machst hier nur Mist. Du schreist das Stimmt nicht und forderst Beweise. Zwei Rollen Klopapier sind leer, deine Quali war zu scheiße. 75 Spell, Dandy macht sich vor Angst in die Hose. Und ich verspeise gebratene Briefheule mit Himbeersauce. Es schmeckt lecker. Fand ich das trotzdem irgendwie besser als manch anderes.